Moin Moin, Willkommen zurück bei Let's Play Spyro Reignite The Trilogy. Let's party with Agent Nine Befried. Und jetzt geht's. Hey Spyro, ich helfe einem Jungen namens Handel, Raketenpläne zu finden, die die Zauberin gestohlen hat. Aber ich bin immer bereit, ein paar Rinoxe zu treten. Aber... Boah, Alter. Ähm... Ähm, Agent Nine Befried und Quart. Hi, Agent Nine. Hinter diesen Türen sind ein paar ziemlich gruselige Ninjas. Mit deinen Schießkünsten kannst du sie bestimmt besiegen. Denk dran, drück Angriff, um zu schießen. Und drück Rolle links und Rolle rechts, um zur Seite auszuweichen. Besiegen die Ninjas, um das Babydrachenein zu finden. Drücke drei, um die Scharfschützenbrot zu wechseln. Bla, bla. Zoom, zoom. Ja, ja. Ähm, Agent Nine Befried. Jetzt wird's immer befriert. Wo seid ihr befreit? Und nicht befreit, ich bin jetzt richtig mehr. Ja, befreit, um, geht's immer um, sag ich, ist so. Um jetzt hier, weil... Wo die, wo die, wo die Feuerwehr, wo die! Wie viel seid ihr? Oh, ich merk' ich, da gibt's zwei Kinder, da sind auch... Alter. Oh, boah, genau. So, ich hab's auch mal. 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 Das ist quasi das COD der... ...Smyron. Das COD vom Abend. Mensch! Ich wollte doch noch was gucken. Aber wo wurde ich denn jetzt angeschossen? Oder getroffen hier auch immer. What the fuck? Aber wo überhaupt das geht? Nur ob man da rein spricht. Ach hier steht einer. Ach so? Ach so ist das. Was hast du verkrämt? Ah, wo kommst du denn her? Ach so. Sag mal. Bisschen Schmetter, die es bei AX-Hauptmolecus ist. Ne, jetzt keine Ahnung. Ich hab mein Überlebler gehabt. Aber ich glaub schon. Hallo. 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 So, ich komm hier relativ schnell voran, es ist okay, wenn ich nicht weiß, was ich bin, So, das ist gar zu füllen, weil ich habe keine Ahnung, dass ich das machen wollte. Eine neue Welt, natürlich, das ist ja nicht mehr zu landen. Oh, stopp. Ah, Hilfe, lass mich, lass mich tun. Was seid ihr denn plötzlich für eine Armee geworden? Ist doch nicht schön. Habt ihr nichts zu tun? Brauchst du an der Decke zu chillen? Okay, das würde ich auch gerne an der Decke chillen. Also, das musst du mir auf jeden Fall beibringen. Da hast du gesagt, die kann halt nicht hier. Wohin ich doch, das ist wohl viel, halt nur. Sollten sind die mal zu kommen. So. So. Moment, hier gab es doch auch... Äh... Ich finde das Power-Up von Agent 9 oder Agent 9. Was für Power-Up. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, was gemeint ist mit dem Power-Up. So. Ich weiß nicht was und ich nach primer machen würde. So. Ich hätte ja auch wieder diese komische Waffe gegeben. Was ist denn mit dem Power-Up? Was ist das überhaupt noch geworden? Was sollen wir denn jetzt haben? Ich habe mich da unten ausgesammelt, weil ich nicht weiß. Ich habe das Ding ja nicht. Da steht doch Feuerwerksfabrik oder? Feuerwerksfabrik ja ab. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was so weit ist. Null. Patty, Hallöchen! Wir kommen auf der Welt. Und da wird Handel auf eine Runde gebunden. Tja, das Leben ist hart. Aber wer jetzt denkt, man muss sich beeilen. Wir haben Zeit zu viel, heute. So, da fällt mir gerade etwas auf, was ich machen könnte. Da, da. Dann, da. So, das Leben auch da. Ja, okay. Ein bisschen höher, damit das über dem Leben ist, damit ihr überhaupt seht, wie tot oder wie lebendig ich bin. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. So. Ähm, noch 50 Edelsteine. Das Edelsteine heißt, das sind jetzt 10 Boxen. So. 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 So, so. 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 So, So. So, so. Ich glaube, ich habe einen Bezug auf den Weg geöffnet. Ich habe einen Bezug auf den Weg gebracht. Finde das Power-Up? Aber was ist denn der Power-Up? Ich hab überhaupt keine Power-Up. Das ist ein Fehler für sich, dass ich mich dann nicht mehr so lange habe, aber ich habe mal noch eine Chance, dass das so gut ist, aber das ist so. Ich habe mich überlegt, dass wir das Auto dann in den Daun haben. Das war's jetzt so ein Spiegel gewesen. Okay. So, ich muss sagen, die Idee ist jetzt so ein Spiegel. Der mich nicht von rechts. Ich bin hier noch mal ein bisschen. In der Art, dass mich jetzt so ein Spiegel hat, wo es nicht so kaputt wird. Du gehst auch kaputt. Du gehst auch kaputt! 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 Ich glaube, ich bin schon bald, die sagen immer, bei meinem Ausdruck. Aber das ist ja auch mittlerweile voll 2015, 2016, nee, 2017 macht keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall mittlerweile alt. Drei Jahre. Oh! Willst du den nicht essen? Willst du den nicht essen? Willst du den nicht essen? Ich hab kein Life dazu bekommen. Okay. Aber jetzt weg! So, der Schmetterling doch. Der Schmetterling. Oh! Ich hab jetzt durch die Handschiebe das Problem so aufgefallen. Oh, voll die Heckler. Was wäre jetzt? Ganz knackig schnell bei ihm. Aber viel lieber würde ich wissen. Wenn du hier ein wüsste, was du mit Power abweichst, bist du damit noch viel, viel wichtiger. Ich glaube, hier ist ja irgendwo sowas. Richtig flickslich. So, hier sind wir auch hier. 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 Hier sind wir's. Ich wusste es. Eigentlich, eigentlich, weil ich ja... ...die Schell muss hier in Habe und tatsächlich... ...das war sowas von zu verhängig ist... ...aber ich kann doch nicht so... ...das hab ich doch nicht... ...und ich hab das geholfen... ...an der Seite... ...das ist die Gegend... ...und ich glaube ich hab das Eindraff in Habe... Das war's für heute. Guck mal, die laufen zurück bei die Gannen. Ich kann nicht da für den Schwingern zurück hinauslaufen. Ich hab da oben die Fläche. 15. Jeder 5 habe ich eben nicht mitgenommen. Ich bin ein richtiger Held geworden. Und dann noch je 2 Boxen. Das sind dann die letzten 10. Ja, komm. So. Okay. Das haben wir abgeschlossen. Danke, dass du mich gerettet hast. Pass lieber auf dieses Ei auf, bevor die Rhinoxer das auch noch in die Luft jagen. Ich hab da oben. 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 Schön, dass ich das jetzt abgeschossen hab. Aber was für ein Power-Up. Ich hab da oben. Ich bin überfahrt. Ich bin wirklich vollkommen überfahrt. Ich hab da oben. So, gehen wir mal kurz in diesen Raum. Ich möchte das in die Erkäufer-Kumpels-Kommel-Kartner. Ich will eigentlich nicht googeln, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wirklich 0, gar nicht. Ich könnte euch nicht mal einen Ahnen, zu den ich Plan habe ich. Oh, da fähre ich mal die Idee, halt nicht was man mit so einer Kröpfung zu tun. So wie die, was ich hier für die Power habe. Genau, so wenig weiß ich, dass ich von irgendwo anders bin. Das wird wahrscheinlich rechts ablaufen, ich muss jetzt kurz mal googeln, wir sehen uns gleich wieder. Jo, da bin ich wieder zurück, ich habe jetzt tatsächlich mal kurz gehoogelt und da werde ich niemals hoffen kommen, weil ich unter Power etwas komplett anderes definiere als das. Das. Ach, Lava. Was? Nicht ein ernstes Spiel, oder? Gab es das damals auch schon? Was? Was? Wie geil ist das denn? Hier hat sich gebildet. Danke für deine Hilfe, Agent 9. Diese Rhinoxe waren echt überrascht. Okay, das ist schon super geil. Also, eigentlich würde ich noch nicht so den Terms brauchen. Ich denke, das macht keinen großen Unterschied mehr. Ich bin echt überrascht. Ich sehe gerade, ich habe wieder Dropped Frames ohne Ende. Ich hoffe, dass es jetzt überhaupt drauf ist. Aber jedenfalls werde ich jetzt beenden, weil die Frames sind voll auf dem Sack. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr alles gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sind es für den nächsten Mal wieder. Ich habe jetzt wieder als Let's Play Spy Ringer und Reggie. Macht's gut Leute, bis dahin und ciao, ciao.